Für alle Frauen, die schon immer von ihrer Märchenhochzeit träumten, gibt es jetzt eine super Neuigkeit, euer Prinzessinnen-Traum ist ein Stückchen greifbarer als jemals zuvor. William und Harry bleiben zwar glücklich vergeben und ihr braucht auch schon euren eigenen Prinze-Karning, aber für den Look aller Mekan ist nun gesorgt. Und das auch noch zum Schnäppchenpreis. Der Royal Look Follies hat nämlich eine Kopie von Herzogin Mekans Hochzeitstier dem entworfen, das nicht einmal 25 Euro kostet. Gut, bei der Kopie handelt es sich nicht um ein Erbstück aus dem Jahr 1932 und es besteht auch nicht aus Diamanten und Platin, aber es sieht ganz genau so aus wie das Original und ist immerhin mit leichten Straßsteinchen verziert. Der Reif ist exakt in der demnach empfunden, dass die Mary vor etwa 90 Jahren besaß. Das Original stammt aus 1932 und umschließt eine Diamantbrosche, die nochmals 40 Jahre älter ist. Der Reif ist exakt in der demnach empfunden, dass die Mary vor etwa 90 Jahren besaß. Das Original stammt aus 1932 und umschließt eine Diamantbrosche, die nochmals 40 Jahre älter ist. Jetzt muss sich die Wünsche Gesegnerin Klare Weibt Keller nur noch dazu entscheiden, Mekans Hochzeitskleid noch einmal für etwa 229.000 Euro weniger zu designen, und schon kann man ganz wie eine Prinzessin oder eben Herzogin vor den Traualtar treten.